Also ich bin islamfeindlich. Ja, das bin ich. Ich erkenne nichts Schönes. Und jedes neue Buch, was ich lese, und das sind keine AfD-Mitglieder, die diese Bücher geschrieben haben, jedes neue Buch, ob historisch oder zu aktuellen Dingen, jede Sendung etc., die ich gucke, bestärkt mich in dem Eindruck, dass dies eine höchst unerfreuliche Religion ist, die, wo immer sie die Mehrheit hat, die Macht an sich reißen will und das fast immer tut. Jeden, der nicht dazugehört, und das erklären sie selber, wer nicht dazugehört hat, wo nicht liquidiert, mindestens zu Menschen zweiter und dritter Klasse dekrediert, Islam hinter sich und um sich Stumpfsinn, Gewalttätigkeit und Dummheit. Türkei, die Mehrheitserloren-Fans. Wir können alle Länder durchgehen, wo der Islam in letzter Zeit an die Macht gekommen ist oder in noch tollerer Art an die Macht. Wir können über Saudi-Arabien zu Gaza reiten. Wir können uns Indonesien anschauen. Wir können zum Sudan gucken und in die Maghreb-Länder. Und es hört nicht auf. Was ich also will, ist, dass etwas mehr Islam-Feindlichkeit nicht schaden kann. Einfach indem man Empirie so weit mal zulässt und sagt, wo das? Herrschaft bestimmt. Die Gedanken, die Ideologie, die Scharia etc., dass dort Unheil ausbricht, dass dort Leute umgebracht werden, dass dort Leute in tiefster Not leben, dass dort kein schwuler Schwul sein darf, dass dort keine Frau eine außerehebliche Beziehung eingehen darf, häufig genug noch nicht einmal sich aufsuchen darf, wen sie denn dann in Gotts Namen heiratet etc. Und und und. Ich will das ganz gut sagen.